Heute geht es um den Elegoo Neptune 2S. Der Elegoo Neptune 2 hat ein Bauvolumen von 22 x 22 x 25 cm. Somit ist er gleichauf mit dem Ender 3 und weiteren in derselben Klasse. Als Vorbesitzer des Vorgängermodells kam der Release des Neptune 2S gerade recht, denn ich brauchte einen neuen Drucker. Der Elegoo Neptune 2 hatte vieles, was ich upgraden musste im Laufe der Zeit und da kam der 2S ins Spiel. Kostentechnisch ist der Elegoo Neptune 2S etwas teurer als der Vorgänger, allerdings hat er bereits alle Upgrades, die man sich so wünschen könnte, verbaut von Anfang an. Das bedeutet ein Metall-Extruder, große Level-Schrauben zum einfachen Einstellen des Druckbets und auch, ganz wichtig, ein entfernbares Druckbett, das beschichtet ist. Und es funktioniert wunderbar. Ich habe bereits auf dem Vorgängermodell rund 1500 Stunden gedruckt und auf dem 2S, den habe ich jetzt seitdem er rauskam. Ich habe ihn gleich gekauft und seitdem lief er bis Weihnachten durchgehend ohne Probleme. Ich habe allerdings nochmal eine neue Düse verbaut. Und zwar werde ich die einmal einblenden. Und zwar ist das die Brossel-Düse, die ist besonders beschichtet. Ich kann sie nur empfehlen, denn ich hatte die auch beim Vorgängermodell bereits installiert und war damit sehr zufrieden. Ich hatte das Gefühl, einen besseren Flow zu haben. Und wenn wir einen besseren Fluss haben, können wir gleichmäßiger extrudieren. Das bedeutet, die Drucke werden sauberer. Ich drucke hauptsächlich große Objekte. So, so sieht das Ganze aus. Das ist jetzt auch gedruckt auf dem Elegoo. Hallo, fokussiere. Genau, also das ist ein Produkt, welches ich verkaufe. Und ein bisschen Stringing haben wir noch drin, ist noch nicht nachbearbeitet. Allerdings kann man von dem Drucker eine gute Qualität erwarten für das, was man bezahlt. Wenn du einen Einsteiger-Drucker suchst, der einfach aufzubauen ist, gute Ergebnisse liefert und keine Upgrades mehr braucht, dann greif zum 2S. Ein weiterer Vorteil der geupgradeten Version, dass der PTFE-Schlauch bereits ein guter Capricorn-Schlauch ist, der einigermaßen mit den höheren Temperaturen klarkommt. Ich konnte jetzt noch nicht feststellen, dass er verbrannt ist nach einigen hundert Stunden. Ich drucke immer so bei 200, 230, 235 Grad dauerhaft und erhält bis jetzt sehr gut Stand. Des Weiteren hatte ich bis jetzt erst eine Hotend-Verstopfung und zwar war das mit der Standarddüse. Ich habe daraufhin dann auch mir die Brossel 06er Düse Copperplated geholt und das Ganze habe ich nie wieder erlebt danach. Das ist jetzt kein Garant, dass das Hotend nicht verstopfen kann. Allerdings habe ich festgestellt, dass die beschichteten Düsen etwas freundlicher sind. Gerade bei den Druckern mit einem relativ schwachen Hotend und einer nicht ganz so starken Heizpatrone. Ein kleiner Tipp noch, kommen wir zum Spulenhalter. Wie der Spulenhalter bei dem Elego Neptune 2S angebracht ist, ich finde es einfach problematisch, da das Filament eine zu große Biegung machen muss, um in den Extruder gefüttert zu werden. Dadurch machen wir es dem Extruder viel zu schwer, das Filament nachzuführen. Am besten greifst du auf einen Spulenhalter zurück, der Kugel gelagert ist. Wir wollen dem Drucker es so einfach wie möglich machen, das Filament zu fördern. Ich habe jetzt einfach einen Spulenhalter ausgedruckt, der neben dem Drucker steht und das funktioniert super. Ja, was gibt es abschließend noch zu sagen? Ich kann dem Drucker jeden empfehlen, der einen einfachen Einstieg in den 3D-Druck sucht. Du musst ein bisschen technisches Verständnis mitbringen. Dieser Drucker kommt nicht aufgebaut. Das bedeutet, du bekommst ein Kit, welches du zusammenbauen kannst. Das Werkzeug für den Zusammenbau ist dabei. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wenn du die Bedienungsanleitung befolgst, wirst du auf jeden Fall damit zurechtkommen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo dalässt oder auch vielleicht einen Kommentar hinterlässt, wenn du eine Frage hast oder Feedback geben möchtest. Würde mich sehr freuen. Ich warte so lange, bis du den Knopf da unten gedrückt hast. Tschüss.